Hallo, hallo, hallo! Und herzlich willkommen zurück zu Sterben am Stück. Da habe ich doch schon wieder fast vergessen, die Aufnahme zu starten. Oh Gott. Wir haben Sadako und ich habe... Die ist natürlich schlecht hier. Geil. Ich habe sie schon am Popo, glaube ich. Bin mir gerade nicht sicher. Nein. Die kommt. Die ist bei mir. Die ist bei mir. Ich mag die Farmlaps nicht, die sind so offen. Ich glaube, Sadako hat sich eine Einladung geholt. Ich verstecke mich mal kurz und heile mich. Was? Was ist mein Kreis? Mit meinem Kreis? Nico, was? Ich verstehe mich schon wieder nicht. Manchmal bin ich doof. Ich verstehe mich. Toll. Okay, sie ist weggeportet. Oh nein, Niko! Komme gleich. Heilen noch schnell die Käthe. Wir müssen Niko retten. Niko! Sie hat Kate. Was macht denn die Kate da? Ich muss halt eigentlich noch eine Palette schmeißen. Ich glaube, ich schmeiß mich der mal vor die Füße, wenn ich dich geheilt habe. Ach, ich weiß nicht, wie ich da mal vor der Füße zum Schluck rüber. Oh, wir müssen die Lichter werden. Oh, wir müssen die Kinder hier anfangen. Ah! 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 Zählt das jetzt als Palette gedroppt? Ich hoffe es. Ich habe es versucht. Aber die Palette hat jetzt gezählt. Oh, die ist da hinten. Kommt. Die Palette hat jetzt noch nicht gezählt. Bei mir windet es gerade extrem. Ich hoffe, es rauscht nicht im Mikro. Falls doch sorry. Ich glaube, sie ist weg von mir. Nee, doch nicht. Oh Gott, ich habe immer noch Mikrolegs. Also sie sind jetzt nicht weg. Ich habe jetzt so viele Paletten geschmissen, dass wir da jetzt nicht eine wenigstens ziehen. Okay, also bei mir war der Mikroleg gerade immer noch da. Also hat es nichts gebracht, das Steam Overlay auszuschalten, leider. Ja. Ja. Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh Gott, Dr. Haffbomber holt mich! Oh Gott! Danke, Dr. Haffbomber, dass du mir die Palette direkt vor das Face droppst. Das ist okay, Nico ist raus, Nico ist raus. Ey! Kackkiller, ich hoffe, Dr. Haffbomber geht raus! Äh, Dr. Haffbomber, die läuft da lang! Ich schaff's nicht, Wander. Ey! Was war das jetzt am Ende, bitte? Alles gut, Nico, alles gut. Ich muss dich nicht entschuldigen, aber... Ich musste das einmal in der Aufnahme zeigen, wie das aussah. Ich war einfach stuck im Fenster. Der hätte mich nicht gekriegt, wenn ich durch dieses Fenster gekommen wäre. Aber ich war einfach... Ich bin auf einmal mitten vom Fenster einfach stehen geblieben. Und der hat sich nicht mehr bewegt. Ich konnte nicht weglaufen. Ich konnte gar nichts. Null. Das sah richtig merkwürdig aus. Naja, gut. Immerhin ist Nico rausgekommen. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dann! So, da sind wir wieder. Zweite Runde. Und wir haben uns gerade drüber unterhalten, wie lüftet man bei den Temperaturen richtig? Und ähm... Ich hab zu Nico gerade gesagt, ich hab ein schwarzes Zimmer. Ja, da weil ich alle Rollos dann runter habe. Und wenn ich alle Rollos unten habe, ist es bei mir dunkel wie in einer Dunkelkammer. Dann muss ich hier das Licht anmachen, dass ich was sehe. Und jetzt muss ich gleich niesen. Hup! Wie! Entschuldigung! Oh, Krälenhorst. Hier war ich gestern tatsächlich auch öfters. Oh, die erste ist schon... What? Das wird ja eine super Runde. Die erste liegt schon mal. Was ist denn? Clown. Es ist ein Clown. Ich geh zum Haken. Clown hat einen Schmidi. Ich glaub, die Runde wird auch nicht so toll. Oh, wieso rennt die denn mit dem hier rum? Ähm, ich warte mal. Und dann. Ich hasse den Clown. Also beim Clown möchte ich im Moment am liebsten Disconnect werden. Clown sind alle scheiße. Ich glaube. Der ist aber nicht lustig. Ja. Für einen Clown ist er nicht besonders komisch. Aber wir haben letztens Findet Nemo mal wieder geguckt. Ah, so ein schöner Film. In der Suche einer Krankenschwester bin ich am Popo. Oder nicht. Die Renne hat hinten um die Scheck. Jetzt nicht mehr. Bin in der Nähe. Hierher, die geht retten. Oder Heddy geht doch nicht retten. Ich glaub, Nico ist gegangen, ne? Ja. Ja. Niko, kann ich retten? Oh, der ist? Der ist aber noch am Haken. Das ist nicht mehr. Wo ist er? Danke, Nico. Wir haben nicht ein Jen an. Wir haben schon drei Leute am Haken, ne? Ich habe das, was wir nicht vor. Ich habe das, was wir nicht vor. Wo ist er denn hin? Wollt sie heilen? Okay. Wollt sie hin? Da auf mich wohl, auf mich. Ach, da kommt noch vorhin die Strecke auf. Ich merke dieses Sandgeräusch beim Laufen. Oh Gott, der kam ja von da! Oh Gott, der kam ja von da! Oh Gott! Ja, ich ziege! Hier sitzt alle drei an Jens. Sehr gut, der damit ist weg. Er läuft am Haus lang, nach hinten, Richtung Shaq. Ich glaube, Nancy kommt, wenn das Nancy ist. Ja, Nancy ist hier. Der hat Nico, glaube ich. Ich glaube, Niko, sein Gender hinten ist fast fertig, ne? Niko, ich versuche mal zu deinem Gender hinten hinzukommen. Ja, das ist halt wieder hier. Oh, ich hasse es. Ich ziehe halt nicht! Ich war an deinem Jenny, aber der verteidigt den. Wo sind denn die anderen beiden? Sind die auch da hinten? Wahrscheinlich, ne? Scheiße. Wir haben uns gegent. Ja, denn Jen war schon runtergetreten. Der war nur noch auf 60, 65. Dann wird den jetzt wieder getreten haben. Das ist wieder an deinem Jenny hinten. Musik Das war's für heute. Ich zieh jetzt durch, ich werde jetzt die Nötklatsch abbringen, aber ich zieh jetzt durch. Nee, kein Nöt. Ich seh nichts. Ey, das gibt's doch nicht. Ich war nicht in der Wolke. Ich war überhaupt nicht in der Wolke. Oh, ich hasse diese Nötklatschen. Mach die Palette kaputt. Er kommt wieder. Er kommt wieder. Er kommt wieder. Vorsicht, er lacht hier rum. Ah, Nico, pass auf. Nein. Jetzt kriegt er Nico auch noch. Ja, der will mich halt sterben sehen jetzt. Er will wenigstens einen Kill. Er hat sich hier irgendwelches selbes Zeug gegeben. Ja, er will jetzt halt meinen Kill. Geht raus. Bitte. Geh. Geh raus. Der lässt mich nicht nehmen. Nein. Handy versucht's auch, aber... Nancy. Nancy. Nein. Nein! Ich lass mich jetzt sterben, Nico, geh raus, bitte. möchte nicht, dass du drauf gehst. Das hättest du auch nicht mehr zu mir geschafft, Niko. Das muss nicht sein. Nicht sinnlos opfern. Das kriegt nur den Pillow. Egal. Ich hab den letzten Gendern gemacht. Juhu. So. Ich hab wenigstens meinen Beitrag geleistet zu dieser Runde. Hier. So. Ich würde sagen, Niko ist rausgekommen. Yay! Zwei Mal ist Niko wenigstens rausgekommen. Ja. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch, wenn wir fürs Gucken. War jetzt halt wieder sterben am Stück. Aber was will man machen? Wenn der Killer halt am Ende kämpft, kämpft dann. Da kannst du nichts machen. Und ja. Niko ist immerhin raus. Und ich sag einfach mal bis zum nächsten Mal. Und habt noch einen schönen Tag. Tschüss.